Moin Moin, hier ist Dominik. Willkommen zu einem neuen Video auf meinem kleinen, aber feinen YouTube-Kanal. Und da wir uns ja in der DxO-FotoLab-Woche befinden, geht es natürlich auch heute weiter mit einem neuen Video in FotoLab 8. Ja, heute gibt es eine weitere Fotobearbeitung. Wir haben hier ein schönes Bild und wir sind mal wieder direkt im Bearbeiten-Bereich. Das heißt, wir können direkt starten und zwar im Bereich der Farben. Ganz klar, wo auch sonst. Okay, ich würde jetzt mal die normale Belichtung nehmen. Wir können hier manuell einstellen oder entsprechend ein Preset wählen. Ja, ihr seht das. Ich würde aber mal manuell, also selber das einstellen. Das heißt, wir nehmen uns hier den Schieberegler und ich ziehe das ein bisschen höher, was die Belichtung angeht. Dann können wir das zumachen, können beispielsweise einmal in Clearview Plus reingehen, um einfach das Bild ein bisschen Farben vorzumachen, um mehr Schärfe rauszuholen. Denn es ist interessanterweise so, dass diese Funktion DXO Clearview Plus nicht nur die Farben aufbessert, sondern auch schärft. Tatsächlich weiß der eine oder andere vielleicht auch noch nicht. Wir ziehen hier die Deckkraft des Ganzen ein wenig runter. Ich schau mal, ich würde das mal auf 20 einstellen, ja, vorher, nachher, da tut sich ein bisschen was. Das passt soweit, ja. Vignettierungskorrektur ist schon aktiviert, autoaktiviert, also von Haus aus aktiviert, weil die Software natürlich gemerkt hat, wir haben ja ein RAW-Foto vor uns. So, ähm, DXO Smart Lightning könnten wir auch aktivieren, ist dann allerdings zu viel mit der Belichtung. Wenn wir die manuelle Belichtung rausnehmen und uns hier Clearviews und uns hier DXO Smart Lightning mal anschauen, ja, Smart Lightning, manuelle Korrektur, ja. Smart Lightning, manuelle Korrektur, ja. Ich finde die manuelle Belichtung jetzt hier ein bisschen besser heute. Dann können wir gerne weitergehen und zwar in den Farbbereich, in den Arbeitsfarbraum. Und auch hier würde ich gerne mal die Orange, den Weißabgleich aktivieren und können jetzt hier ein Preset wählen, Original, Tageslicht, Wolkig und einige andere Sachen, ja. Ja, ihr seht das. Ich würde das jetzt, ähm, mal auf, ja, wobei, nein, da tut sich nichts. Ich lasse es mal auf Original und wir stellen es selber ein. Wir können ja auch eine Farbe auswählen, beispielsweise, können wir hier sagen, wir nehmen uns hier Farbe von dem Tier selbst, dann sehen wir schon, dass es entsprechend korrigiert wird. Und je nachdem, wo wir hier reinklicken, man sollte natürlich, äh, ich meine es war so, dass man immer gucken sollte, dass man eine helle Stelle im Bild erwischt, damit das entsprechend, ähm, exakt ausgebessert wird. Und, können wir auch mal gucken, ja, ah, okay, also es wird ein bisschen, ja, da verändert sich, ja, es wird korrigiert. Die Farbe des Pelikans kommt ein bisschen besser durch, würde ich sagen. So. Farb- beziehungsweise Schwarz-Weiß-Wiedergabe. Ähm, gesättigte Farbe, schützen, gucken wir mal. Okay, wir stellen das mal auf Auto, also auf Automatisch ein. Lass mal kurz erst nachgucken. Okay, interessant, wenn wir das einschalten, sind die Farben ein bisschen, sind die Farben nochmal, ähm, besser? Ah, okay, weil er bei der Wiedergabe das Kameraprofil erkannt und das entsprechend einsetzt, okay. Okay, alles klar. Typ, generisches Rendering. Kamera. Farb- positiv. Ah, okay, hier kann man also entsprechend auch wieder die TXO-Filmpacks mit einbeziehen. Mhm, okay. Also wir haben einige Vorlagen, die wir nutzen können. Ah, ich fand eigentlich dieses Generische schon ganz gut. Gesättelte Farbräume schützen oder Farbtöne können wir mal nach oben stellen. Dann passt das. Ein Profil müssen wir jetzt nicht erstellen. Wir können auch in die TXO-Filmpack-Time-Machine. Na, da können wir auch mal kurz reinspringen. Ja, dann öffnet sich hier so ein kleines Fenster. Ähm, wo wir dann einfach mal in eine Zeit springen können. Beispielsweise 1990 bis 1994. Und dann können wir uns hier ein paar Infos anzeigen lassen. Filme, die in der Zeit aktuell waren. Okay. Interessant. Okay, ein bisschen was zu lesen haben wir auch, aber die Funktion kennen wir ja schon. Ist nicht neu. Ähm, Look-Up-Tables. Die Funktion ist ja auch schon ein bisschen mit drin. Ja, ich würde hier mal auf Premium gehen und wir gucken mal, was wir hier haben. Da werden wir so, ähm, schwarz-weiß. Genau, schwarz-weiß-Filme. Und Farbfilme entsprechend. Aha. Okay, da sind interessante Sachen dabei. Ja, allerdings gefällt mir das nicht so. Gucken. Ja, okay, da sind ein paar ganz witzige Sachen dabei, aber das brauchen wir heute nicht. Ich würde nochmal kurz in die Farben zurückgehen und mir die Farb-Ton-Kurve, meine Güte, die Ton-Wert-Kurve ranziehen. Und zwar würde ich mal in den roten Farb-Kanal gehen und, äh, mal gucken, dass wir das hier nochmal ein bisschen weiter rausziehen. Ja, ich versuche gerade, die richtige Balance zu finden. Und dann, ähm, so. Ja, das passt. Da haben wir nochmal ein bisschen, ähm, ein bisschen Rot aus dem oberen Teil rausgenommen. Und haben nochmal ein bisschen dafür gesorgt, dass der Pelikan, oder die Farben des Pelikans nochmal ein bisschen deutlicher zur Geltung kommen, was den Rot-Bereich angeht. Ich finde das eigentlich ganz gut. Dann würde ich gerne den grünen Bereich nochmal gezielter anpacken, mit der Ton-Wert-Kurve. Und den, okay, wenn ich den jetzt so weit rausziehe, dann wird es so, so Magenta. Okay, das müssen wir anders machen. Das heißt, wir setzen die grüne mal zurück. Können wir mal in die Luminanz gehen. Bei der Luminanz unsere, die Standard-Kurve gehen, ja. Helligkeit, Kontraste, ihr kennt das. Ja, ich ziehe jetzt hier Kontraste. Ja, okay. Zu stark. Zu stark, zu stark. Ja, hier haben wir jetzt nochmal einen zweiten Punkt. Das heißt, wir gehen jetzt hier nochmal in den Tiefen, oder in den Schatten nochmal ein bisschen runter. Ja, jetzt sieht es hier ein bisschen aus, als hätte die Kurve so einen kleinen Knick. Können wir auch mal nochmal anpacken. Ah, das passt aber. So. Ja, okay. Das ist irgendwie nicht ganz so ideal. Vielleicht setzen wir nur die Konturen, oder den Kontrast mal kurz etwas weiter runter. Okay, dann können wir jetzt mal in die lokalen Anpassung. Lokale Anpassung. Farbtonmaske. Wir wählen uns jetzt den grünen Bereich aus mit der Farbtonmaske. Anpassung. So. HSL. Und dann sagen wir jetzt hier bei den grünen, dass wir das grün rausnehmen. Oder wir schwächen das grün ein bisschen ab. Könnte man sagen. Ja. Und dann können wir nochmal eine Farbmaske aufsetzen. Und können sagen, wir wollen jetzt den Farbton des Pelicans haben. Mal gucken, ob wir das... Okay, das ist nicht ganz so einfach. Okay, dann machen wir das mal so, dass wir hier so ein bisschen die Konturen mitkriegen. Und dann würde ich hier sagen, dass wir hier die Sättigung etwas nach oben schrauben. Ja, ich zeige das mal. Dann sieht man das. Ja. Wir können ja so viele Farbtonmasken einbauen, wie wir wollen. Wenn wir sagen, wir brauchen noch eine, dann setzen wir halt eine neue. Was wir jetzt gerade zum Beispiel verkackt haben, was nicht funktioniert hat, ist, dass wir das grün, hier wieder die Einstellung, dass wir die Einstellung damit versaut haben. Das heißt, hier können wir auch wieder mit der Sättigung, was das grün angeht, ein bisschen rausgehen. So, jetzt ist es wirklich nur auf dieser einen Maske. Und der andere Bereich ist eben nur dieser Konturbereich. Dann würde ich jetzt noch eine Maske setzen. Wir gucken mal, ob wir den Bereich hier nochmal anpassen können. Ja, wir sehen, das ist ein bisschen mehr. Ja, wenn wir jetzt merken, okay, da ist zu viel ausgewählt, dann können wir natürlich auch jederzeit sagen, wir radieren das weg. Mit dem Radiergummi geht das. Ja, easy. Ganz einfach. So. Und das gilt ja dann nur für die ausgewählte Farbtonmaske. Ja. Wenn wir hier sagen, das passt nicht, das soll da nicht rein. Dann nehmen wir das einfach raus. Ja, es ist sehr, sehr simpel, sehr einfach und es funktioniert halt. So. Uh-huh. Das ist schon gut. Dann nehmen wir das hier an dem Stein noch mit weg. Wobei es ganz interessant ist, dass er angeblich erkannt hat, dass das hier die gleiche Farbe sein soll wie die Steine. Aber, okay. Aber, okay. Wenn Fotograf das meint, dass es so sein soll oder so ist, interessant, dass man das so darstellt. So, jetzt können wir hier gucken, das ist die Maske, die wir jetzt festgelegt haben, ja. Und können wir jetzt hier auch wieder sagen, okay, wir wollen wesentlich mehr, wir wollen ein bisschen mehr Sättigung in dem Bereich. Also machen wir das mal. So, dann können wir nochmal gucken, wo haben wir denn alles die Maske jetzt festgelegt. Grünbereich, Grünbereich, Konturen sieht man entsprechend, ja. Das passt. Das passt. Wunderbar. Das ist schon ganz gut. Gut. Dann klappen wir das wieder zu. Auch den HSL-Bereich können wir wieder zuklappen. Können nochmal kurz in den Effektbereich gehen. Schauen, ob wir nochmal irgendwelche Effekte mit einbinden möchten. Ich würde auch hier gerne wieder eine Vignette mit einbauen. Also gucken wir, okay, da ist die Vignette. Die Rundheit würde ich gerne komplett rausnehmen, tatsächlich. Wir machen das hier ein bisschen kleiner. Nehmen die Stärke ein bisschen zurück. Wir können den Übergang, ja, ich gucke gerade, okay, hier deutlich weicher gestalten. Gucken, dass wir das hier entsprechend einstellen. Das ist immer so ein bisschen so eine Fummelarbeit. Da muss man gucken, wie man es am besten macht. So. Okay. Okay. Stärke zurücknehmen. Ah, ein bisschen. Okay. Wunderbar. Und dann ist in meinem Fall auch dieses Bild fertig bearbeitet. Wir können jetzt in anderer Software natürlich gucken, dass wir hier diesen störenden Bereich noch rausnehmen. aber für das erste, hoppala, da haben wir das andere Bild noch ausgewählt. So, für das erste sind wir erstmal durch mit dem Bild. So, jetzt muss ich ja gerade gucken. Okay. Okay, wir haben das Bild vom Hund noch ausgewählt. Als Referenz festlegen. So, dann sagen wir hier jetzt Bild ohne Korrekturen. Und dann haben wir das jetzt so, wie wir es haben wollen. Ja. Ich zeig's nochmal. Das ist das Originalbild aus der Kamera. Und das haben wir jetzt aus dem Bild in Fotolab 8 daraus gemacht. Mit wenigen Schritten das Bild ein bisschen optimiert. Ja. Also, ich find's gut. Ich werd's für mich so abspeichern. Und ja, damit sind wir am Ende des Videos angekommen. Wir sind am Ende der Bearbeitung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand's wie immer ganz gut. Und wir sehen und hören uns dann beim nächsten Mal.